und gleich noch eine weltmeisterin jelena ist vor kurzem auf jeden fall noch die nummer 1 der welt aber kann sie ihren platz hier behaupten gegen daniela stilivasch ihr erster sprung und überschlag salto gestreckt mit ganzer drehung 18 jahre alt inzwischen sie kommt aus leningrad ja weltmeisterin und europameisterin im pferdsprung ein einwandfreier versuch keine frage die wertung für den ersten sprung von jelena war